Hallo und herzlich willkommen zum Arbekoch-Podcast. Heute habe ich mal wieder eine schöne Interview-Folge für euch und dazu begrüße ich erstmal den Holger aus Hamburg. Hallo. Moin moin. Und den Holger kenne ich jetzt schon eine ganz lange Zeit. Ihr kennt ihn bestimmt auch als Podcaster des Dirty Minutes Left Podcast. Und ich weiß gar nicht, hast du noch andere Podcasts, Holger? Nee, aber den Dirty Minutes Left Podcast, der hört bald auf im April. Oh, das ist ja traurig. Ja, aber es wird ein Nachfolgeprojekt geben. Ah, okay. Auch wieder mit Arne. Okay, ihr tauscht quasi nur das Gewand. Ja, also der Dirty Minutes Left Podcast, der ist ja so ein bisschen so Nerd-mäßig und Videospiele und Serien und sowas. Aha. Und wir trinken halt immer Ender-Dirty Drinks jede Folge oder Colas oder sowas. Also koffeinhaltige Limonaten. Ja. Das Problem ist, dass ich demnächst für ein Jahr auf Reisen gehen werde und während dieser Reisen halt auch keine Getränke mit mir rumschleppe und wahrscheinlich auch wenig Videospiele spiele und wenig Serien gucken werde. Aha. Und da haben wir gedacht, dann müssen wir dieses Konzept von diesem Podcast ein bisschen ändern und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir dem auch einen neuen Namen geben. Und da das Ganze, also unser Podcast, der jährt sich jetzt zum siebten, achten, neunten Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir das schon relativ lang und dann haben wir gedacht, okay, dann hören wir am Geburtstag quasi auf, machen irgendwie vielleicht einen Monat oder zwei Pause und dann fangen wir mit dem neuen Projekt an, wenn dann die Reise ansteht. Aha. Und habt ihr da schon einen Namen gefunden? Darfst du da schon was leaken für die Neugierigen? Ja, also den Namen, den ich mir jetzt ausgedacht habe und den ich auch schon mal tatsächlich bei einem YouTube-Video verwendet habe, der ist, hier ist auch nett. Okay. Und so werden wir das wahrscheinlich auch nennen. Also tatsächlich ist, also nicht mit T, sondern ist, hier ist auch nett. Aha. Die Domain, die ich hatte, den Instagram-Kanal habe ich, also den Podcast, den Twitter-Kanal habe ich dazu. Da passiert aber halt noch nichts, ne? Das habe ich jetzt einmal, also ich bin da gerade bei, so ein bisschen am Intro rumzubasteln für die YouTube-Sachen, die ich dann auch im Rahmen dieses Namens machen möchte. Ähm, und da habe ich jetzt das erste Mal tatsächlich letzte Woche ein YouTube-Video gepostet, wo dieser Name drin vorkommt. Aha. Ich bin gespannt. Also wenn das, wenn das online geht, dann gib auf jeden Fall Bescheid, dann gebe ich das an die Hörerinnen und Hörer hier auch nochmal weiter, die jetzt neugierig geworden sind. Ja, das mache ich. Und da, du hast ja eben schon das passende Stichwort geliefert, du, für dich steht, steht oder stehen große Reisen an. Aber auch in der Vergangenheit hast du ja sowohl aus beruflichen als auch privaten Gründen öfter mal richtig weite Reisen auf der ganzen Welt unternommen. Und da sind wir dann nämlich mal ins Gespräch gekommen und da habe ich gesagt, Mensch, dann lernst du ja auch viele coole Gerichte und Speisen und Sachen kennen. Erzähl mir da doch mal was davon. Und das wollen wir in dieser Folge heute mal machen. Genau. Das ist jetzt vielleicht auch noch nicht so, also worüber wir heute reden, ist vielleicht auch noch nicht so besonders, weil da, wo ich da war, waren sicherlich auch schon viele andere. Aber das können wir vielleicht auch in Zukunft nochmal häufiger machen, wenn ich an ein bisschen ausgefalleneren Orten bin. Sehr gerne. Wo geht denn die Reise dieses Mal hin? Die nächsten Reisen, also ich starte, ich habe ein Jahr Auszeit genommen, Sabbatical gemacht und ich habe ein Jahr Zeit zu reisen, bis ich wieder an meinem Schreibtisch sitzen muss. Und ich starte mit Chile, mit der Sonnenfinsternis, die dort am 2. Juli ist. Also offiziell habe ich seit dem 1. Juli dann oder ab dem 1. Juli frei, wenn ein bisschen früher losfliegen, sodass ich halt nicht komplett übermüdet da bei der Sonnenfinsternis bin. Aber halt am 2. Juli muss ich in Chile auf dem Berg sein, um mir die Sonnenfinsternis anzugucken. Und dann gucken wir mal weiter. Also der grobe Plan ist, dann ein bisschen Chile mir natürlich anzugucken, irgendwie so für drei, vier Wochen. Dann wollte ich nach Ecuador und auf die Galapagos-Inseln und von da aus gucken wir mal. Also ein Ziel der Reise oder die beiden Orte, die ich auf jeden Fall besuchen möchte, ist Kiribas und jetzt habe ich Nauru. Genau, Nauru. Bin gespannt. Also ich merke jetzt schon, dass eine Sache auf jeden Fall eintreten wird, wenn wir uns unterhalten, dass ich nämlich meine mangelnden Geografiekenntnisse immer wieder entblößen werde. Aber ich habe jetzt so rausgehört, dass es so grob nach Südamerika geht. Ja, also ja, erst mal ja. Und dann Kiribas und Nauru, da musst du dich gar nicht für schämen. Das kennt halt, also niemand, dem ich das erzählt habe, der kennt das. Und hättest du mich vor drei Jahren gefragt, wo Kiribas und Nauru sind, hätte ich dir auch das nicht sagen können. Aber Kiribas, ich habe vor einiger Zeit mal einen TED-Talk gehört von dem Präsidenten von Kiribas. Da schreibt sich übrigens Kiribati, aber das ist T-I, hinten spricht man S aus, komischerweise. Und der hat halt berichtet, dass sein Land das eins der ersten Länder ist, die aufgrund des Klimawandels untergehen werden. Und dass sie schon angefangen haben, die Bewohner seines Landes umzusiedeln nach Fidschi, weil Fidschi ein bisschen höher ist oder auf jeden Fall höher gelegene Gegenden hat. Und da denkt man ja, okay, Fidschi als Pazifiktraumreiseziel, das soll schon hochgelegen sein, wo ist dann Kiribas? Also Kiribas ist tatsächlich sehr nah an Fidschi dran. Man kommt halt auch mit einem Direktflug von Fidschi, von Nadi aus hin. Ähm, und besteht halt aus ganz vielen kleinen Inseln, ist von der Fläche ungefähr so groß wie die USA, nur halt mit deutlich mehr Wasser und weniger Land. Ähm, und Nauru ist das drittkleinste, der drittkleinste Staat der Welt und die zweitkleinste Republik der Welt, nach dem Vatikan und Monaco. Und, ähm, ist halt auch direkt am, oder nah am Äquator, ein bisschen südlich vom Äquator, da auch im, im Südpazifik halt irgendwo. Aha, sehr spannend. Da bin ich ja gespannt, was die Leute da so essen. Wenn du dann da gewesen sein wirst oder da bist, dann können wir ja, äh, darüber auch dann sprechen. Aber du hattest jetzt aktuell geschrieben, du warst, du, äh, warst in Asien? Ähm, genau, ich war in, in Thailand, also meine, meine Freundin, ähm, kommt aus Korea. Mhm. Und, äh, die hatte, wir hatten, sie hatte eine Woche frei wegen chinesischem Neujahr und wollte halt in der Woche in Urlaub fahren. Ähm, und da lohnt es sich halt für sie nicht irgendwie nach, nach Europa zu fliegen. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, treffen wir uns so auf halber Strecke irgendwo. Ähm, und die halbe Strecke war dann tatsächlich näher an, 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 an Thailand, äh, näher an Korea als an Deutschland. Und zwar haben wir uns in Thailand getroffen. Mhm. Und, also wir beide tauchen sehr gerne, sind dann da nach, ähm, Phuket gefahren. Und da war ich tatsächlich bisher auch noch nicht in Thailand. Ich war schon, schon ein paar Mal in Thailand, aber halt noch nie in, in Phuket. Aha. Und da waren wir dann halt, ähm, hauptsächlich so ein bisschen zum Tauchen und uns, um uns mal wiederzusehen. Also, ja. Ja, sehr schön. Das ist halt so eine, so eine Fernbeziehung ist halt nicht immer das Einfachste. Nee, das, äh, können sicher viele Hörerinnen und Hörer nachvollziehen. Und, äh, als ich, ähm, verheiratet war, ich war ja nun mit einer, äh, Chinesin verheiratet, die ist dann auch mal für längere Zeit, äh, auch nach China gereist, um dann ihre Familie zu treffen und, und ihre ganzen Freunde, die sie kannte und so. Also, das, äh, da kann ich so ein bisschen hernachempfinden, aber die meiste Zeit war sie natürlich in Deutschland. Äh, da ist so eine Fernbeziehung sicher noch mal ganz anders. Da arbeiten wir noch dran, dass sie nach Deutschland kommt. Ja. Toi, toi, toi. Ja, danke. Und was habt ihr so gegessen in Thailand? Das ist ja nun wirklich asiatische Küche allgemein, aber auch die thailändische Küche ist ja sehr, sehr bekannt. Ähm, was, was ist euch da so begegnet? Also, ähm, eine Sache, die ich halt, ähm, beim ersten Besuch, als ich in Thailand war, vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren, ähm, kennengelernt habe, da war halt Partai. Und, ähm, immer wenn ich in Deutschland bin und, äh, also relativ lange aus Asien raus bin, dann will ich wieder Partai essen, weil das, das schmeckt halt sehr, sehr gut. Ähm, und man kann es natürlich auch hier in Deutschland in thailändischen Restaurants bekommen, aber, ähm, erstens ist es natürlich hier deutlich teurer, auch wenn es auch nicht super teuer ist, ähm, aber es schmeckt halt auch nicht so gut, wie wenn man das irgendwie an der Straße vom Pappteller isst, äh, in Thailand. Ja, da, das hat man ja häufig, das Phänomen, äh, ganz unabhängig davon, wo man im Urlaub war, äh, die, das Land, die Menschen, die Leute, die Luft, alles wirkt sich irgendwie auch auf das, äh, Erleben eines Gerichtes oder auch eines Getränks aus. Und wenn man das zu Hause mit den identischen Zutaten zubereiten würde, wäre es halt nicht dasselbe. Ganz genau, ich habe das auch schon mal versucht nachzukochen, also damals, als ich noch in Frankreich gewohnt habe, ähm, da, ähm, habe ich aber auch nicht die ganzen Zutaten eigentlich alle gefunden und musste halt sehr viele Sachen irgendwie ersetzen, also statt irgendwie kleiner Shrimps zum Salzen und, äh, ungesalzener Erdnüsse, die ich beide nicht bekommen habe, habe ich halt gesalzene Erdnüsse genommen, die haben dann quasi die, die Shrimps und, und die Erdnüsse ersetzt, ähm, schmeckte halt auch okay, aber halt nicht das Gleiche. Und diese kleinen Shrimps kriegst du übrigens, äh, auch in Hamburg, in, in diesem großen Asia-Supermarkt. Genau, da kriegt man sie, da kriegt man sie, aber als ich in Toulouse gewohnt habe, ähm, habe ich sie nicht, nicht im Asia-Markt gefunden, beziehungsweise ich habe da auch keinen Asia-Markt gefunden, oder ich war halt zu blöd, um das französische Google zu benutzen. Nee, aber denn, äh, tatsächlich der Asia-Supermarkt in, in Hamburg ist auch wirklich herausragend gut, was die Auswahl angeht, wahrscheinlich auch einfach durch die Nähe zum Hafen, die haben halt nochmal andere Dinge, als so der, der Standard-Asia-Shop, ist ja auch irgendwie dreimal so groß. Ja, ich war jetzt auch, ich war am Wochenende auch wieder in einem Asia-Shop ein bisschen, ein bisschen einkaufen. Aha. Und, äh, Patatai musst du jetzt, äh, das habe ich schon mal gehört, aber ich habe jetzt kein Bild vor Augen. Äh, das ist halt so ein, so ein relativ einfaches Gericht, ähm, das ist ein, auf, auf Nudelbasis, also das sind diese, so, so platte, platte, dünne Nudeln, da reinkommen, dann mit relativ viel Gemüse, ähm, dann kann man entweder, also eben, gibt's mit, mit Shrimps, und da gibt's auch mit Chicken, also, äh, Hähnchen. Und, ähm, da kommt auch immer noch Erdnüsse drauf, das finde ich gut. Guck, das mit den Erdnüssen, das, das lag mir an, dass das irgendwas mit, ähm, zusammenhängt, ja. Ja. Aber das ist dann keine Erdnusssoße, sondern ganze Erdnüsse. Ja, also so klein gehackte Erdnüsse, aber schon, schon in Stückchen. Und das, das mag ich immer sonst gerne. Oh, klingt sehr gut. Und das kriegt man da überall an der Straße? Das kriegst du, das kriegst du an, an jedem, ähm, Essensstand, also du, wenn du da irgendwie in, ähm, normalen Orten, also vielleicht nicht, wenn du da irgendwo auf dem Land irgendwo bist, aber wenn du in, in normalen Städten oder, oder Orten bist, dann, ähm, findest du eigentlich in jeder Straßenecke, äh, irgendwie so einen Parteistand, der hat irgendwie, kann er, zehn verschiedene Gerichte hat, die er da alle an seinem kleinen Stand, äh, machen kann. Ähm, es gibt in Thailand auch überall, ähm, so Märkte, beziehungsweise auch Nachtmärkte, wo die Leute alle hingehen und dann dort essen und, ähm, irgendwie gefälschte Waren kaufen und sowas. Ähm, ähm, da gehen aber auch tatsächlich extrem viele, viele Thailänder hin und essen dann da, weil es halt auch echt nicht teuer ist. Dann kannst du so ein, so ein, so ein Gericht für einen Euro kriegen, ähm, und dafür bist du halt auch satt von. Mhm, und dafür lohnt es sich nicht, auch wenn wahrscheinlich die Lebensmittel in Thailand auch insgesamt günstiger sind, aber das alles einzukaufen und zuzubereiten, das kriegst du halt für einen Euro wahrscheinlich nicht mal sehr. Kommutlich nicht, nee, also wenn, wenn du wahrscheinlich eine Menge kochst, dann, dann schon, ne, aber, ähm, das Problem habe ich ja auch, wenn ich hier alleine wohne, ne, ne, das, das Kochen lohnt sich ja eigentlich fast nicht. Mhm. Weil, weil wenn ich irgendwie Kartoffeln kaufe und, ähm, und keine Ahnung, ein bisschen Gemüse und sowas, dann habe ich halt Essen für eine Woche. Ja. Und ich kann ja nicht jeden Tag das Gleiche essen, das schmeckt ja nicht. Also, es schmeckt schon. Ja. Mag man dann nach drei Tagen auch nicht mehr das Gleiche essen, ne? Nee, und da, da gibt es, ähm, zum Glück in Hamburg so Läden, die halt sich darauf spezialisiert haben, die Zutaten in Einzelportionen abzufüllen und zu verkaufen, ist dann natürlich auch wieder ein bisschen teurer, aber man kann hinterher wenigstens sagen, ich habe gekocht. Ja, habe ich mal mit, ähm, Johannes, äh, Wolf in, in Köln gemacht, das war sehr witzig, äh, das ist dann ja auch, hat dann ja auch schon wieder so ein bisschen Unterhaltungskarakter, das ist ja wie ein Bausatz, äh, nur für Essen dann, ne? Genau. Dann gibt's auch die, das Rezept dazu und, äh, ja, im Grunde könnte man's dann später auch sozusagen die Zutaten nochmal nachkaufen, aber das Schöne ist ja wirklich, dass dann, wenn man wirklich nur für eine Person kocht, äh, Man hat halt nichts über, was man wegschmeißt. Ganz genau, diese Mengen kriegt man ja sonst nicht so in, in so kleinen Portionen. Genau, also, so kauf mal irgendwie in eine Kartoffel, also, Kartoffeln geht zwar, kann man auch einzeln kaufen, aber manche Sachen halt nicht so leicht. Mhm. Darum, also, das ist schon, äh, eine schöne Sache, ja, dieses, äh, ähm, genau. Genau, aber gehen, gehen wir nochmal zurück nach, nach Thailand, ähm, diese Nachtmärkte, finde ich, finde ich, also, ich kenne es ja wirklich nur aus dem Fernsehen, äh, so ein bisschen kenne ich es, äh, aus China, da gibt es ja nun auch ähnliche, ähnliche Kultur, ähm, und da, ganz viele Leute kochen da gar nicht mehr, gerade wenn die berufstätig sind, ähm, das Schöne finde ich halt auch, wenn du hier auf die Straße gehst, dann findest du halt an Imbissen, so, halt, Döner. Curry was Pommes. Genau, und dann Pizza vielleicht noch, äh, und, 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 und vielleicht dann noch einen Asiaten, der so gebratene Nudeln anbietet, ähm, und sonst halt Restaurants natürlich, aber das ist, ist dann natürlich nochmal, äh, von den Kosten her ein anderer Level, und in Asien, dann gibt's halt, dann, gibt's halt, da sitzt eine Oma, die macht nur, äh, irgendwie gebratene Nudeln, oder irgendwie. Ja, eine Suppe oder sowas. Eine Suppe oder sowas, und serviert die dann halt für ein paar Cent, und, äh, dann kannst du halt auch mal mehrere Kleinigkeiten so probieren, ne? Genau, 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 das, das macht man, also, das haben wir auch häufig gemacht, das haben wir uns irgendwie einmal Partei geteilt, und dann sind wir weitergegangen, und am nächsten Stand gab's irgendwie, ähm, gegrillten Fisch oder sowas, oder irgendwie so ein, so ein, so ein Spieß mit Hähnchen drauf. Ah, cool. Ähm, und das ist halt immer ganz gut, dann bleibt man halt da stehen, wo es lecker riecht, ne? Und das sind halt auch irgendwie, ein Stand, also auf diesen Märkten ein Essensstand neben dem anderen, und die haben alle so ein bisschen was anderes, und das, da, das ist so ein richtiges Geschmackserlebnis, also ich, ähm, ich mag, oder ich, ich trau mich halt häufig nicht Sachen zu essen, ne? Mhm, dann ist es, ist es, aber ich, ich möchte halt gerne auch was anderes mal probieren, aber ich trau mich halt nicht, beziehungsweise ich, ich will das dann halt auch nicht wegschmeißen, wenn es mir nicht schmeckt, und da ist es halt auch ganz gut, wenn man irgendwie so zu zweit unterwegs ist, und wenn es dann dem einen nicht schmeckt, dann kann man es dann dem anderen weitergeben. Ja, das hat auch natürlich dann, äh, Vorteile, klar. Ja. Und sind euch da auch, äh, das ist ja immer so das typische Klischee bei asiatischen, so, äh, Märkten und auch, so, so, Imbissen, sind euch da auch richtig gruselige Sachen, äh, begegnet? Ja, was man in Thailand so häufig hat, das sind halt Sachen, die sie, glaube ich, auch nur für die Touristen machen, also irgendwie geröstete Skorpionen und sowas, ich glaube nicht, dass die Thailänder das selber normalerweise essen würden. Ähm, ja, also zur Tinten, also Tintenfische haben sie natürlich auch viele und, 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 ähm, Kalamares und sowas, das ist auch etwas, so, so, Seafood ist nicht so meins. Ja, gerade wenn das so Tentakel sind, ne, da muss man für gemacht sein. Genau, also das, das ist tatsächlich in Korea noch ein bisschen schlimmer, wo sie die noch lebendig essen, sodass sie sich noch irgendwie an der Zunge festsaugen. Ja, das habe ich auch mal auch im Fernsehen gesehen, wo man dann aufpassen muss, dass sie sich nicht in der Speiseröhre festsaugen. Ja, also gut kauen. Genau, das, das ist, weiß ich nicht, ob ich das, ich möchte es gerne mal ausprobieren, ne, um zu wissen, wie es ist, aber ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Ja, ich glaube auch, also gerade so dieses, dieses Phänomen, wenn sich dann im Mund was bewegt noch, äh, das kennt man ja so, gibt ja nichts Vergleichbares in, da, in diesem Sinne. Ja. Naja, aber wäre natürlich eine Erfahrung, die man mal machen kann. Genau. Und ja, was man sonst noch so essen kann, ähm, also zum, zum Frühstück hat man da häufig irgendwie, wenn man, wenn man, ähm, ähm, auf der Straße irgendwie was isst zum Frühstück, ähm, gießt viel so Mango Sticky Rice, also Reis mit, mit, ähm, Mango. Also so ein sehr, sehr typisches Frühstück, ähm. Das ist dann im Grunde gekochter Reis, wo dann Obst mit, also der Mango Stücke drin sind, oder? Genau, oder, oder eine geschnittene Mango obendrauf ist, oder so. Aha. Ähm, schmeckt ganz gut, aber, ja, ich, ja, so, so, so Obst zum Frühstück finde ich sowieso gut. Reis ist eigentlich nicht so mein zum Frühstück, aber mit, mit dem Obst ist es doch ganz okay. Ähm, ja, Suppen gibt's halt, Suppen gibt's halt viele, irgendwelche Nudelsuppen, ähm, was ich auch ganz gut fand, ähm, war so eine ausgehöhlte Ananas mit, mit Reis und, und Hähnchen, ähm, und dann, ähm, also die, die achten schon darauf, dass sie es einem nicht zu scharf machen. Also generell ist man in Thailand wohl, wohl sehr scharf, ähm, für die Touristen machen, schwächen sie es ein bisschen ab. Und, ähm, also ich esse auch gerne scharf, nicht, nicht zu scharf, aber ich esse schon gerne scharf, und wenn ich gesagt habe, ein bisschen scharf, dann war es mir eigentlich noch zu schwach. Ähm, ähm, ja. Ja, das ist halt, die trauen den Europäern dann auch nichts zu, weil die wahrscheinlich auch einige Leute an Zusammenklappen sehen, wenn, wenn du das so gar nicht kennst und auch nicht so alltäglich hast, dann, ähm, kann das ja auch schnell mal ein bisschen zu viel werden. Kann, kann nach hinten, also ich, tatsächlich hatte ich das schon mal, da war ich, ähm, in Indien. Und dann habe ich mir da an so einem, an so einem Essensstand was zu essen geholt, äh, an dem Essensstand war ich irgendwie auch jeden Tag. Und dann einmal so, ja, ich nehme das, und dann habe ich das, konnte ich halt einen Löffel von essen. Aha. War es das? Und hattest du den Herzklamass dann, oder? Ja, es ging, ging halt gar nicht, ne? Und dann am nächsten Tag meinte die Frau so, ja, nee, das verkaufe ich dir nicht, ich verkaufe dir das hier, das kann ich dir geben, aber das da hinten nicht mehr. Ja, das ist zu scharf für dich. Okay. Das war ganz nett. Ja, ähm, was gibt es denn sonst noch so? Lab, nur so, so gewürztes Hackfleisch mit Minze, das ist auch ganz lecker in Thailand. Bestimmt auch erfrischend, da ist es doch sicher auch ziemlich warm, ne? Ja, genau, ja, ja, ja. Und, und eine Sache, die ich halt auch extrem gerne esse in Thailand, ist Papaya-Salat. Aha. Das ist halt ein Salat mit Papaya drin, und der ist super scharf. Okay. Also da machen sie halt auch Chili mit rein. Aber es ist halt, wenn du irgendwie mittags, mittags was Leichtes essen willst, dann ist das eigentlich ganz cool. Aha. Du sitzt halt am Strand, und wenn du halt scharf isst, und dabei schwitzt dann hinterher tatsächlich auch, das kühlt deinen Körper so ein bisschen ab. Habe ich jedenfalls das Gefühl, oder bilde ich mal ein? Und damit kann man dann die Sonne ein bisschen besser ertragen. Ja, ja, das soll ja einer der Gründe sein, warum gerade in so tropischen Regionen sehr gerne mal scharf gegessen wird. Einer ist eben dieser kühlende Effekt durch das vermehrte Schwitzen, aber natürlich auch die antiseptische Wirkung von diesem, von dem Capsaicin, dass dann auch schnell mal Keime abgetötet werden, die vielleicht da in diesen klimatischen Bedingungen schneller sich ausbreiten. Ja. Und ja, was kann man, was man glaube ich auch kennt in Deutschland, wenn man zum Thailander geht, ist so ein grünes Kokos Curry mit Hühnchen. Aha. Was ja auch relativ, relativ scharf ist. Genau, weil grüne Chilis halt drin sind, ne? Und ja dann auch nicht ohne. Und wahrscheinlich viel Meeresfrüchte, ne? Aber wenn das nicht so dein Ding ist, dann hast du da wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen. Genau, die habe ich nicht so viel gegessen. Gab es da aber schon eine ganze Menge, also Fisch kannst du halt auch überall an jeder Ecke kaufen und auch gebratenen Fisch direkt vom Grill oder so. Aha. Oder auch in den Suppen drin. Ist aber, wie gesagt, nicht so meins. Und was ich immer erstaunlich finde, also das erste Mal, als ich in Thailand war, da bin ich halt auch immer nur in so normale Restaurants gegangen. Oder halt auch thailändische Restaurants, aber habe es halt nicht an der Straße gegessen. Weil wenn man sich das jetzt erst mal anguckt, dann, also als Europäer denkt man vielleicht, ah, die hygienischen Bedingungen, die sind da vielleicht nicht ganz so gut. Aber tatsächlich habe ich damit gar keine Probleme gehabt. Dadurch, dass es ja auch alles in heißem Öl gebraten wird, habe ich halt nie irgendwie Durchfall oder ähnliche Sachen gehabt dort von dem Essen. Ja, eben diese, diese Zubereitungsart, die nimmt viele der Risiken, die Touristen vielleicht befürchten würden, raus. Natürlich, wenn dann jetzt irgendwie die Leute dann ziemlich nah am Boden oder auf so einem ganz alten Holzklotz da irgendwie die Lebensmittel zerkleinern. Solche Sachen habe ich nun auch schon gesehen in Asien. Dann überlegt man vielleicht zweimal, ob das so in Ordnung ist. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, die Zubereitung und wenn es insgesamt halt einen guten Eindruck macht und vor allen Dingen die Lebensmittel sind ja dann meist sowas von super frisch, dass das wahrscheinlich noch besser ist, als was man hier teilweise an Imbissen bekommt. Ja, das glaube ich auch. Die, vor allen Dingen, wenn du halt, also da, wo ich halt hinfahre, das ist dann halt meist irgendwie irgendwo, wo es Meer und Strand gibt, da kriegen sie halt jeden Tag, wenn du halt Fisch ist, kriegen sie halt jeden Tag frischen Fisch. Und Obst und Gemüse ist sowieso immer frisch. Ja. Ja, ich überlege ja, was kann ich denn noch erzählen? Wie muss man sich denn dann diese Streetfood, also du hast von diesen Nachtmärkten erzählt, das heißt, es ist nicht nur auf Essen beschränkt, sondern man bekommt dann auch diese Fake-Armbanduhren und Handtaschen oder sind die Märkte so aufgeteilt, dass es dann eine Region gibt, wo Essen verkauft wird und eine, wo man dann eben diesen Schnick-Schnack-Kram kaufen kann? Ja, also die Märkte, die ich so gesehen habe, da war halt vorne irgendwie die ersten drei Blocks oder drei Reihen, war halt Essen und dahinter waren dann so die normalen Güter oder Souvenirs. Wahrscheinlich auch, weil die halt nicht wollen, dass sie das, wie das überall nach Essen riecht. Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen. Ja, so ein bisschen aufgeteilt war da schon. Und dann findest du halt auch so normale Souvenirs, du findest da gefälschte Supreme- oder Gucci-Klamotten oder Nike-Sachen. Ja, so den Standard-Kram, aber halt auch irgendwelche handwerklichen thailändischen Sachen oder sowas. So irgendwelche Schals, die dann halt made in Thailand sind, wo halt explizit nicht draufsteht, dass es halt nicht irgendwelche gefälschten Markensachen sind, sondern das ist halt von hier, halt auch nicht unbedingt günstiger dann als die Markensachen, die man da kaufen kann. Irgendwelche Seidenschals oder solche Sachen. Und Sportklamotten hat auch relativ viele, also gefälschte Fußballtrikots oder die von dem Kickboxen, diese Hosen, die sind wohl auch bei den Touristen sehr beliebt als Souvenir. Ja, solche Sachen gibt es da, dann Seifen und Dufthölzer oder wie heißen die, diese Duftstäbchen? Ah ja, so Räucherstäbchen. Räucherstäbchen, ja. Ja, das ist sicher eigentlich für religiöse Zwecke, aber die Touristen fackeln das dann auch gerne an. Ja, das ändert einen dann vielleicht auch so ein bisschen wieder, wenn die das da auf dem Markt abfackeln und dann fackelt man das zu Hause ab und dann riecht es wie auf dem Markt in Thailand, dann denkt man so ein bisschen wieder zurück vielleicht. Ja, läuft ja sehr viel über Gerüche, dann gerade eben auch beim Essen, da ist es nur dann schwieriger, wie du schon sagst, dass man diese Gerichte in der Form wahrscheinlich gar nicht zubereiten kann. Genau. Reicht es ja manchmal, dass man nicht die gleiche Hitzequelle hat und das auf seinem Elektroherd zu Hause dann gar nicht nachbilden kann. Ja. Und jetzt wollte ich dich eben noch was fragen zum Essen. Hast du dann auch diese Sorgen, dass du irgendeine Zutat bekommst, wo es dir nachher kalt den Rücken runterlaufen würde, wenn du es weißt, was es ist? Also ja, die Sorge habe ich nicht explizit dann, wenn ich drüber nachdenke, dann könnte das sein, aber solange die mir nicht sagen, dass da irgendwie Rinderhoden oder sowas drin ist, dann will ich das vielleicht gar nicht wissen, wenn es mir schmeckt. Und vermutlich sieht man ja auch, wie die das zubereiten. Also man kann ja die meisten Zutaten so dann auch mit dem Auge identifizieren. Genau, da sind dann natürlich manchmal irgendwelche Zutaten bei, die man nicht kennt, aber das sind dann halt meist irgendwelche Gemüse oder sowas. Oder Obstsorten, die einem hier in Deutschland eher unbekannt sind. Genau, da hat man ja weniger Sorgen, als hätte man jetzt irgendwelche Organe da drin oder irgendwelche komischen Tiere, die man sonst vielleicht nicht da drin haben würde. Gerne. Genau, also was ich kennengelernt habe, ist jetzt in dem Urlaub Mangustim oder Mangustane heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Kennst du das? Habe ich schon mal gehört? Habe ich jetzt auch kein Bild vor Augen. Das ist so eine Frucht, die hat eine sehr dicke, fast holzige Schale. Und da ist halt so weiß da drin und ist sehr, sehr süß und sehr lecker. Sind das dann auch so kleine Segmente? Genau, das sind irgendwie so fünf oder sechs Segmente da drin. Dann habe ich das bestimmt auch schon mal gesehen zumindest. Gegessen, glaube ich, noch nicht. Und da sind dann so manchmal auch noch Kerne mit drin. Die muss man dann da, hat man dann irgendwann im Mund, muss man wieder ausspucken. Ja, das ist aber sehr lecker und kannte ich vorher nicht. Kannst du das Aroma mit irgendwas vergleichen, was man hier kennen könnte? Weiß ich nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Litchi-mäßig ist. Nee, so genau kann ich es auch nicht vergleichen. Ist jetzt auch schon wieder ein Monat her, wo ich da war. Ja, ist natürlich dann schwierig, aus der Erinnerung sowas zu beschreiben. Und was es halt auch da in Thailand gibt, ist Durian, diese Stinkfrucht. Die tatsächlich auch, das ist mal ganz lustig, wenn du irgendwie in ein Hotel oder ein Hostel reinkommst, dann sind auch immer Schilder, dass die halt da verboten ist. Ja, ja. Und dass man dann Strafe bezahlen muss, wenn man sie mitbringt. Sehr, sehr cool. Ich habe die da tatsächlich auch schon mal gegessen. In China gibt es die ja auch teilweise, weil wir da meistens im südlichen Teil von China waren. Und ich habe auch sogar mal Bonbons probiert aus diesen Durian. Naja, muss man mögen. Also es ist tatsächlich auch eine von den Sachen, die besser schmeckt, als sie riecht. Da gibt es ja so einige Dinge, die erstmal so befremdliches Aroma verströmen, aber ganz okay schmecken. Aber ja, muss man vielleicht auch mit aufgewachsen sein, hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Aber auf jeden Fall ein sehr individuelles Aroma. Genau. Hast du die auch gegessen? Ich habe sie noch nicht gegessen. Okay. Muss ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich da bin, essen. Ja. Man kann auch nicht immer alles neu ausprobieren. Man muss nur ein bisschen Zeit lassen. Genau. Was fürs nächste Mal überbehalten. Genau. Und Früchte kriegt man wahrscheinlich auch an jeder Ecke. Früchte, ja. Ja, die werden also auch auf den Märkten natürlich verkauft. Was man aber auch häufig sieht, dass die von so Pickup-Trucks oder sowas auf der Straße verkauft werden. Dann kannst du da irgendwie schon eine geschälte Ananas direkt vom Pickup-Truck kaufen. Ah, cool. Und die werden dann auch live vor Publikum dann geschält, oder? Genau. Also das, was wir da halt häufig gesehen haben, ist, dass die da halt die schon geschält liegen hatten, irgendwie in Plastikbehältern. Und dann halt, wenn es halt leer wurde, dann haben die halt von hinten, also nachgeschnitten. Die hatten halt irgendwie den ganzen, den halben Pickup-Truck voller Ananas. Und vorne waren irgendwie zehn aufgeschnitten und geschält. Und mit einer großen Machete stand halt hinten eine und halt dann nachgeschnitten. Machen die das da auch, ich habe das mal gesehen, so kunstvoll, ne? Also man kann ja entweder, hier in Europa wird meistens dann ja mit so einem Zylinder einfach so das grob der Kern rausgeschnitten. So rausgedreht, ja. Genau. Und da werden ja richtig so nach der Struktur der Schale so Spiralen reingeschnitten, wo man möglichst viel Ausbeute hat. Richtig, so mit der Machete da zweimal rein und dann hast du halt diese Spirale weggeschnitten, die halt diese schwarzen Punkte da drin hat. Ja. Ähm, genau. Und was, aber was mir halt aufgefallen ist, dass die halt von der Ananas mehr essen, als wir hier in Europa essen. Also wir lassen ja normalerweise diesen Stängel in der Mitte, den harten Kern, den essen wir ja in der Regel nicht. Das essen die aber in der Regel, also das essen die dort schon mit. Okay. Schmeckt halt auch nicht anders, als das bisschen weichere Fruchtfleisch drumherum. Aha. Ist halt nur härter. Ja, eben. Hast du es so auch mal gegessen? Ja, also, ja, also ist halt, die wird halt, also wenn man halt so eine ausgehörte Ananas isst zum Beispiel mit anderen Stückchen drin. Und da wird dann halt diese Hälfte, die Stücke einfach kleingeschnitten. Und da wird halt gar nicht drauf geachtet, ob das von den mittleren Strangen ist oder nicht. Sondern es wird halt einfach mitverarbeitet. Und das ist dann halt auch so kleingeschnitten, dass es fast nicht auffällt. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die halt ganz anders, in einem ganz anderen Reifegrad geerntet werden. Und die vielleicht dann gar nicht so faserig sind, wie die Ananas, die dann irgendwie zu uns hier geschippt wird. Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du das halt irgendwie in die Pfanne schmeißt und dann anbraten, dann wird es ja auch nochmal ein bisschen weicher. Ja, eben. Und dann mit den anderen Konsistenzen zusammenfällt es ja dann auch nicht so auf. Genau. Ja, Ananas sind natürlich dann, das kennen wir hier ja auch. Und ja, du hast ja auch schon ungewöhnliche Früchte genannt. Sonst werden da irgendwelche, außer jetzt Fisch, irgendwelche anderen Tiere vielleicht noch gegessen. Was weiß ich, irgendwelche Vögel oder so. Ist dir da was aufgefallen? Da ist mir nichts aufgefallen. Das wüsste ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich, wenn du sagst, so nah zum Meer, da werden die dann halt als Proteinquelle halt wirklich mehr Seafood haben. Genau. Also Hühnchen kriegt man halt auch an Gereckern. Das kriegst du ja tatsächlich überall auf der Welt. Ja. Rindfleisch, ist das da eine Sache? Oder wird das da nicht so? Nee, das wird da auch gegessen. Aber das ist meist auch ein bisschen teurer als alles andere. Und ja, also ich esse halt auch irgendwie mehr Hühnchen als Rindfleisch. Und also die meisten, wenn du an einem Straßenstand bist und was du essen möchtest, dann haben die irgendwie wahrscheinlich so zwei, drei verschiedene Sorten. Also irgendwie mit, einmal mit Shrimps, einmal mit Hähnchen und einmal mit Rindfleisch. Und das Rindfleisch kostet dann irgendwie 20 Prozent mehr als das Nicht-Rindfleisch. Das ist so, denke ich, die Regel dort. Ja. Und dann sonst die sonstigen Zutaten, Gemüse und so bleiben dann immer konstant. Genau, genau. Ja. Dann sagst du halt, ich möchte hier gerne Chicken-Partei oder ich möchte Shrimp-Partei oder so. Und dann kriegst du das. Und Partei ist dann aber ein Gericht. Also, weil es klang jetzt gerade so, als wäre das, vielleicht ist das auch der Thailende, die thailändische Bezeichnung einfach für Pfannengerichte oder so. Nee, nee, nee. Das ist ein Gericht. Aber das ist tatsächlich auch so das Nationalgericht, glaube ich. Ah, okay. Und ich habe es halt sehr häufig gegessen. Ja, wenn es halt auch schmeckt, dann kann man das ja auch so machen. Ja, das war doch ein schönes Bild, also, dass du uns da gezeichnet hast. Wie gesagt, wenn du jetzt wieder auf Reisen gehst, melde dich auf jeden Fall gerne und erzähle aus dem jeweiligen Land, wo du gerade bist, was es da Spannendes zu essen gibt. Achso, eine Sache müssen wir noch ankündigen. Du hast ja viele Fotos gemacht, ne? Mhm. Das heißt, wenn das klappt, dann werde ich hier in den Notizen zur Sendung einen Link posten. Und dann könnt ihr euch dann diese ganzen Sachen auch mal. Essensfotos angucken. Foodporn angucken. Genau. Von Holger direkt vor Ort quasi passend zur Geschichte gemacht. Genau. Was hier auch, vielleicht noch eine Sache noch, was ich immer ganz gerne mache, das habe ich jetzt tatsächlich auf der letzten Reise nicht gemacht, aber irgendwie auf der vorletzten Thailandreise. Ein Tipp für Leute, die halt gerne essen oder gerne mal was ausprobieren und vielleicht auch irgendwie allein oder zu zweit reisen und aber auch gerne kochen. Kochkurse machen unterwegs. Ja. Das ist immer ganz cool. Das habe ich auch, wie gesagt, da kann ich vielleicht auch noch ein paar Fotos von mit reinstellen. Aha. Und da, es gibt halt überall auf der Welt so kleine Küchen, wo man halt einen Kochkurs machen kann. Die sind dann halt auch, also sind schon für Touristen ausgelegt, also ein bisschen moderner als die Küchen, die sie da auf dem Markt am Foodstent haben. Aha. Aber das ist immer ein ganz guter Tipp, um ein bisschen was kennenzulernen und dann halt auch zu sehen, wie es hergestellt wird oder es auch selber herzustellen. Und dann, da kriegt man natürlich auch so ein bisschen die Scheu von dem Fremden genommen, glaube ich. Ja. Wenn man die Sachen selber macht. Genau. Und man sieht halt wirklich die Zutaten einzeln und bekommt vielleicht eine Erklärung, was was ist und warum man das reintut und so. Genau, da habe ich halt erfahren, dass diese kleinen Shrimps, diese Baby Shrimps in Partei zum Beispiel, halt zum Salzen benutzt werden. Aha. Und dann, wenn du das halt weißt und du möchtest so ein Gericht nachkochen und du findest halt diese kleinen Mini Shrimps nicht, dann gibst du vielleicht auf normalerweise. Aber wenn du weißt, okay, die werden hauptsächlich benutzt, um zu salzen, dann kannst du halt eine andere Sache nehmen, mit der du salzt. Mhm. Und das ist immer ganz gut. Ja. Das wäre auch noch was für mich, so in anderen Ländern Kochkurse zu machen, das klingt nach einer spaßigen Sache. Ja, ich habe das bis jetzt dreimal gemacht, also einmal in Thailand, einmal in Mexiko und einmal auf Bali. Aha. Und das war halt immer ganz gut. Hat immer Spaß gemacht. Ja. Und meist, also da habe ich jetzt auch jedes Mal so ein kleines Rezeptbuch mitbekommen mit den Sachen, die man dann gekocht hat. Und dann kann man das, wenn man Motivation hat, zu Hause nachkochen. Und wenn man die Zutaten bekommt. Und wenn man die Zutaten findet, genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für diese Sendung. Und wir hören uns das nächste Mal von woanders auf der Welt. Auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und ein bisschen aus deinem Erfahrungsschutz berichtet hast. Immer gern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.